Warum so spät, Freunde? Wir waren gerade Fußballspielen, wir mussten schnell hindüsen. Das war das Problem. Und wir mussten auch den Controller besorgen. Das ist schon der Dritte, schämst du dich langsam nicht? Ach komm, Ruhe jetzt im Karton. Ja, hier, mein neuer Controller. Baby, du bringst mir jetzt Glück. Ey, warum geht das jetzt nicht, ja? Warte doch mal kurz, ja, warte doch einfach mal kurz. Der hat keinen Akku, lass mal kurz... Olga. Lass mich mal kurz anmelden. Das ist ja eine richtige Olga. Hallöchen, Freunde, erst mal hier. Heute ein FIFA-Match. Live auf Twitch, Jordan-Sami. Heute meine kleine Anmoderation. Hier ist Frank Buschmann und Manni Bräugmann, die Kommentatorin ihres Vertrauens. Heute mit einer fetten Bestrafung, die tatsächlich ihr entscheiden dürft. Im Notfall haben wir auch noch eine krasse Sache im Ärmel. Aber ich würde sagen, heute hole ich den Sieg nach Hause. Ach, bitte, bitte, bitte. Nicht viel labern, einfach machen. Junge, was bist du für ein Hannespanz, ja? Ja, jetzt gib mal kurz her. Oder, lass mich, fass meinen Controller nicht an, okay? Oder, es fang mal cool, ja. Darf, Frederico, fängt jetzt schon an, ja? Ich krieg jetzt schon Schüttelfrost von mir. Ach, Mann! Hi. Ey! Guck mal, der ist durchsichtig. Freunde, kann mir jemand sagen, wie man einen scheiß, äh, äh, Controller mit einem... Bruder, lass mal meinen, Junge, warum fässt du den überhaupt an? Weil bestimmt das Kabel kaputt ist, oder? Nein. Baby. 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 Ich kann mal eine Kabel verwenden. Baby! Wir singen... Oh, lalalala, schalalala. Nichts, glaub ich, ja? Junge, der ist leer. Ja! Zack, Kamoro! Mann, Alter, ich hasse FIFA so langsam, ja? Warum leuchtet das denn ganze Zeit? Boah, halt doch mal die Schnauze. Ja, sag du mal kurz leise, ich mach das gerade. Du müsst drauf, äh, hauen. Äh, Junge! Warte. Das ist mein Controller. Ja! Ja! Ey! Ey! Wer hat das gesagt? Du, weil, that the fuck is so de po sansa. Es geht ab, bitte mal drauf. Wer wird gewinnen? Jordan wird gewinnen! Warte. Wer wird gewinnen? Jordan wird gewinnen! Wer wird gewinnen? Alter, der Fresse mal kurz, ja? Jetzt sieht meiner wieder aus, ja? Boah, Bruder, ich werd grad... Guck mal, das ist jetzt nicht gut, was wir machen. Ich werd jetzt schon aggressiv... Jetzt ist wieder ein bisschen Internetverbindungen weg. Du verdachte Kacke! Ich werde jetzt schon aggressiv da Burgamani, Alter, ja? Ja, 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 ja. Was machen wir jetzt? Alle, alle, alle. Ey, wie hieß der Nummer? Krubsen hat geschrieben Dortmund Bayern, ich bin Dortmund. Ich bin Bayern. Freunde, heute, Española, Alter. Musiala. Spiele dir noch für 22 noch da? Ja, ja, alles klar. Hier, ich bin Haaland, Freunde. Haaland ist die geilste Sau der Welt. Musiala hat Haaland. Wir lieben dich. Musiala hat euch rausgehauen. Und guck mal jetzt, was die jetzt machen werden. Du machst jetzt so auf Bundesliga gestern? Ja klar. Okay, Freunde, jetzt Bundesliga. Was, was denkt ihr? Mach mal so einen Punktestand. Freunde, seid ihr für Dortmund oder für Bayern? So, Freunde, jetzt geht es aber wirklich los. Kommt drüber auf Twitch. Wenn ihr das Spiel sehen wollt, kommt drüber auf Twitch. Das Problem ist, es endet, glaube ich, heute nicht gut, weil ich bin schon sehr aggressiv. Möchte ich einmal drücken? Nein, das geht nicht, das ist zu hart. Lass einfach wirklich, ich vertraue mir einfach mal lassen. So, bisschen Training machen. Boah, wir haben lange kein Tiefen mehr gespielt. Boah, ich bin so heiß, eine Española Cormica. Okay, Freunde, drei Spiele. Der Verlierer kriegt eine fette Bestrafung. Und ihr dürft hier entscheiden, Freunde. Das fängt doch schon beschissen an. Gnabry, du bist doch mein Mann, Alter. Du bist doch mein Mann, Alter. Gnabry, gib mir rein. Gib mir rein. Da ist er. Ende der zweiten Minute. Sergio, Gnabry mit der Vorlage. Zähl mir auf die Eins. Halt mal deine Fresse her. Für zwei Minuten einfach mal noch die Schnauze halten. Das fährt doch auch mal schön. Da ist er. Da ist er. Der hört, ich gräts schon wieder, Bruder. Ich schmeiß den Controller heute wieder, wenn das so weiterläuft. Sammy, hör doch auf. Ich hab kein Geld mehr wegen diesem Controller, ja? Und der gräts wieder, aber das macht ihm ja auch nichts. Der spielt fünf Meter drüber. Du bist ein schäbiger Hundeflüsterer, ja? Ja, ja, chill mal jetzt. Da war der, da war der. Hast du noch mal Flöte gespielt? Doch, ich war nicht konzentriert. Jetzt, ich bin da. Ich war nicht konzentriert. Guck nicht! Alter, ich... Nein! Nein! Bitte kein Rot, bitte kein Rot, bitte kein Rot, bitte kein Rot, bitte kein Rot. Bitte kein Rot, bitte kein Rot. Save Sammy, Sammy, Sammy. Rot. Ciao. Verdammte Kacke. Rot, Española, Germigana, Vetrweido, 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 Vetrweido. Guck mal jetzt. Elfmeter Tor, ne? Soll ich mal sagen? Mit der Dase. Guck nicht, guck nicht! Espanola, Serbe Rico! Scheiße! Jetzt! Scheiße! Ich hab keinen Bock mich die ganze Zeit Warum kommst du nach raus mit deinem Torwart? Ja du steuerst den! Kimmich, Kimmich Baby Baby Schack Baby Schack Baby Schack Fuck die Scheiße Warte, warte, warte Ich lege die Neubi nun Neubi nun Du Pottisori so Pottisori so Pottisori so Du Verf***er Pasta Scheiße Das ist Scheiße Ist das gerade hier euer Ernst? Ja! Ja woher Ist das euer Ernst? Ja woher Pass und rein und rüber und sexy Sexy Anne kommt. Sexy Anne geht. Ich beherrsch mich noch kurz. Du bist scheiße! Scheiße! Verdammte Scheiße! Dein Scheiße! Da bist du scheiße! Früher in der Schule haben wir immer gesagt alles mit der Ruhe und deswegen machen wir heute auch alles mit der Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft. In der Ruhe liegt die Kraft. In der, in der, in der Ruhe liegt die... Ich hab doch andere Seite gezeigt, ja? Kein Tor! Kein Tor! Ich schwör, das ist unfair! Das ist da, guck mal! Ich schwör auf meine Mutter, das ist unfair! Ich schwör auf meine Mutter, das ist unfair! Spuck nicht! Spuck nicht! Spuck nicht! 4-5 Shorts einfach daneben geschossen, wie behindert kann man sein! Drecksmenschen, Alter, sind so viele Millionen Euro wert. Für Nüsse seid ihr Millionen Euro wert, ja? 10 Cent, ich schwör mal, lieber Settershock kaufen anstatt euch, Alter, ja? Ich bitte euch! Bruder, bitte guck mal! Spuck nicht! Spuck nicht, Sammy! Spuck nicht! Schwein, Alter, fass mich nicht an, Alter! Mann, wie ekelhaft, ja? Du machst mich sauer mit deinem Spucken unnötig, Bruder! So, Freunde, erste Spiel im Sack, sofort zweites Spiel! Ey, geh mal raus hier, geh mal raus hier! Geh mal raus! Geh mal raus! Mann, ja, fängt das wieder an! So easy geht das! Mein Mann, Alter! Das bin ich! Ey, warte mal, ich hab zu laut geschrien, mein Gehirn hat geknackt! Boah, bitte, halt doch einfach mal dein Maul, Alter! Spiel doch einfach mal, vernünftig einfach mal weiter! Warte doch mal, mein Gehirn hat geknackt, Junge, ja? Ja, die spielen schon weiter! Boah! Mach die Challenge, ja klar! Der Flieger bekommt ne Bestrafung! Boah, Freunde, ich hol mir ne Flöte morgen früh, Alter! Ich hol mir ne Flöte und dann spiele ich hier... Ey, seid ihr behindert? Seid ihr komplett gestört? Nein! Ja, 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 ja! Alter, was... Mach den raus, den Ball! Da kommen wir hier... Amino! SEMI!!! Ja ja! GONASO!!! Chill mal jetzt! GONASO!!! Pack deine Taschen! Spuck nicht! Okay! Spuck nicht! GONASO!!! Ich hab den F*** kleine Leute gekälen! Warte! Warte! S! Das ist meine Begrüßung! S Semi! S Stiffel Semi! S S S Stiffel! Komm! Alter! Jungs! JAKS! GOOOOL! Du machst heute nichts! Du machst heute nichts! Du! Er steht für! Ey der ist wieder! Der ist wieder kaputt gegangen! WIDER! Warte mal kurz! Du kleiner Schwein! Oh man! So ein Rückschlag! Alter! Ist deine Oma ein Hund? Was willst du von mir? Der Pass war ein Hund! Oh bitte Frederico! Bitte! Er legt den NU-Buy-Sound! NU-Buy-Sound! Pupp! Und wieder grätscht er ja! Du bist so ein Rattenfänger ne! Boah! Alter! 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 Boah! 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 Bruder ja! Boah! Ist ja alles noch nass! Ja mein Socken ist nass! Bruder! Ich krieg wieder schlechte Laune! Bitte! Bitte! Sammy bitte! Junge! 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 Da ist er! Was hast du gesagt? Hahahaha! 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 Chill mal Juge! Hahahaha! Hey! Das war mein T-Shirt! Hahahaha! Hahahaha! Wie kann das sein? Wie kann das sein? Es von Jolla! Hahahaha! Ich will dich nicht kaputt machen! Lass! Deine Finger bei dir! Hey! Mein T-Shirt ist kaputt! Das ist mein T-Shirt! Mein T-Shirt ist kaputt! mein t-shirt ist kaputt spiel mal jetzt weiter ich brauche klebeband ein bisschen ein leben den zahlst du mir das ist mein t-shirt kannst du mal leise sein kannst du schön bezahlen jetzt mal leise sein jetzt ich höre mal deine eier jungen wer der typ nicht neben mir ich schwöre ich wer gar nichts wenn der reingeht hier so so bist du wer das bist du wer für nüsse habe ich dich gekauft für nüsse für nüsse ach guck mal guck mal wie ich reinlaufe guck mal wie ich reinlaufe da kann er nichts machen ne alle te nur beinern nur beinern du sagst du bist so bobo-possane-sau bobo-possane-sau scheidet mein leben das meine will ich kann nicht wieder verlieren freunde geist 1 1 1 jetzt geht das spiel um die wurst wer jetzt verliert bekommt eine vierte bestrafung schweire ich habe gleich aus ja hey 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 was ist das ja 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 oder ich habe keinen bock mehr ich schwöre ich habe keinen bock mehr wegen dir werde ich Gehen wir den Gats-Control an, hier bin ich... Das kann nicht sein, das kann nicht sein! Ey! Ey! Espanola! Bruder, ja! Espanola, hier! Feiligkeit und Recht und Freiheit! Keiner kommt auf die Idee! Keiner kommt auf die Idee! Schlagen, Junge! Merk dir das! Mit Zauben geweint War ein Voodoo Warum? Ich schwöre, jetzt hast du selber Schuld Jetzt hast du selber Schuld Ey! Ey, Junge! Geh mal weg, Alter! Ja, was ist los? Ich seh doch nichts Junge, ich seh auch nichts Da ist er! Bitteschön! Da ist er drin! Da ist er drin! Ja, 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 ja Ja, 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 ja Bist du behindert, Alter? Ich seh doch gar nichts, Mann! Ich seh doch nichts! Hör doch mit der scheiß Arztragen! Hör doch auf! Bruder, bitte, ja, bitte! Komm mal her! Was? Das musst du einfach ausblenden 2-1 für mich, das können wir nicht angehen Das können wir nicht angehen Das können wir nicht angehen Ich spiel mit Ingebock! MEIN MAN! Ich hab keinen Bock mehr, ehrlich! Ich wähl noch nicht mit Ingebock Bleib da! Spiel nich, Spiel nich, Spiel nich Ja, 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 ja. Du da, wo du bist. Du da, wo du bist. Come back stronger. Ladies and gentlemen. Guck mal, jetzt die letzten Minuten. Ich werde das aufholen mit Ansage. Mit Ansage, Freunde. Da ist der erste Gold. Da ist der erste Gold. Das fehlt auch nichts. Jaaaaaa! Jaaaa! Häng auf! Der Scheiße! Piedert ist kippt! Nein! 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 Du Scheiße! Du verdammte Kackscheiße! Wann ist denn los?! Piedert ist Scheiße! Ich brauch zu Sauerstoff! Hast du nicht alle Tassen! Ich schreibe hier sind immer elektronische Geräte! Ja, hier geht doch mal lecker! Ich geh doch nicht! Jetzt hör aus mit den Nachrichten alter! Das passt die alter ja! Jaaaa! Jaaaa! Boah, provoziere mich nicht, provoziere mich nicht, du kleiner Rattenfinger, provoziere mich nicht. Mmh, geil. Boah, Schaf, 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 ole, ole, du isst jetzt, spuck nicht, spuck nicht. Ja, okay, Alter. Man, erbigano, Alter, ja, mein T-Shirt ist kaputt wegen euch, ja. Ich sehe aus wie ein Baumpflücker, ja, bring dieses Schaf, ich kann doch kein Schaf, Freunde, das ist... Ach, ich halte es einfach im Maul. Das ist alles wegen dem Neu-Control, hätt ich den alten Herbert. Lass den, da, wo der ist, ey! So, Alter, der kriegt dir, irgendwann kriegt der noch ein Dings, Alter, ja. Hier, Freunde, das ist die scharfe Soße, die kennt, glaube ich, der eine oder andere. Ach, geil, das ist die schärfste Soße der Welt, also die beiden schärfsten Nudeln der Welt, die scharfe Soße. Schüttel mal, Mama, Mama, schüttel mal, guck mal gleich, schüttel mal ruhig, schüttel mal ruhig, schüttel mal ruhig. Schüttel mal, ja, ja, schüttel mal, schüttel mal, gleich kriegst du das Ding in den Arsch. Oha! Ey, 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 ey! Ey, Bruder, Bruder, willst du mich verarschen? Ist doch einfach! Willst du mich... Auf meine Hose! Ist doch einfach! Auf meine Hose! Ist doch einfach! Ist! Ist! Jordan! Schreib mal alle, Jordan! 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 Boah, gib mir mal Motivation, ich kann kein Schaf, du weißt, dass ich kein Schaf kann. Jordan ist ein Loser! Loser! Jordan ist ein Loser! active Läser! Ich habe Angst, dass ich frei bin. fragen an Geiger wer ist der произworte biologicales W檄 ich weiß nicht sie pl significa ich besuche Boah Kunzahre macht's ja schlimmer. Manchmal ist das Leben hart. Aber nur wenn es weich ist. Geil. Ich weiß auch nicht was wir hier eigentlich machen auf Twitch. Eigentlich machen wir jede Kacke. Ihr könnt mal gerne abonnieren für jeden Tag. Jeden Tag mit 20 Uhr sind wir live auf Twitch. Und dann... Bis ich mach... Ich kann nicht mehr. Ihr könnt gerne mal rüber auf Twitch gehen und uns gerne folgen. Ey ich glaub Soße ist in mein Auge. Sammy! Bring mir mal ein Tuch, Soße ist in mein Auge. Ja ähm... Bring mir mal ein Tuch! Ich mein das, Soße ist in mein Auge. Du schwein! Du schwein! Jetzt mach ich das scheiß Dreck, Alter! Dreckigen Alter! Ey Sammy Soße ist in mein Auge. Ich mein das ist keine Spaß. Ja wo mach mich das? Alarmschufe Rot, Sammy das ist Soße in mein Auge. Ja okay Alter! Meine Fresse Alter! Mach mal Sorge, mach mal hier. Mach mal Soße in mein Auge. Ey mach mal Soße in mein Auge! Mach mal Soße in mein Auge! Sammy! Ich seh doch nichts! Ah Sammy mach mal weg! Ey Sammy bist du verrückt? Sag mal ehrlich! Ich werd... Guck mal her! Guck mal her! Ja ich komm! Alter bist du verrückt? Bruder Soße ist in mein Auge. Denkst du dich mal spaßig aus wie ein Witzbold oder so? So ist es in mein Auge Sammy, ja? Da unten ist auch was. Oh Gott ich... Ich... Hau dich gleich kaputt! Primer Sattuch! Primer Sattuch! Primer Sattuch, Mann! Sammy ist das Soße in mein Auge, ja? Ist das Soße in mein Auge, ja? Ist das Soße in mein Auge, ja? Ist das Soße in mein Auge? Der nimmt Sprite! Der nimmt Sprite! Der nimmt Sprite! Wie soll sich einer zum Sycharter schicken? Aufschraenszen? Aufschraenszen! Riembaar!